Apropos Bundeswehr, seid ihr eigentlich getauft? Oder habt gedient? So heißt es dann. Aber jetzt nicht mit gerechnet, offengestanden. Ich darf die Firmung bitte ansprechen. Ich bin bei der Bundeswehr getauft worden. Ich auch. Zum, ja. Johann. Ich bin tatsächlich ausgemustert worden, weil ich aber Heide bin. Also ich bin tatsächlich nicht getauft und ausgemustert. Okay. Wenn das deine Frage beantwortet. Ja. Ja, ich bin nicht getauft und habe bei der Bundeswehr einen Führerschein gemacht. Wollt ihr wissen, wie das war? Sehr gerne. Als Mott-Schütze oder sowas? Mott. Mott-Schütze. Mott sind ja nur so groß. Die trifft ja eh keinen Menschen.